Am Montag, kurz nach 13 Uhr, ist ein Baukran im Finkenwerderring umgestürzt. Mit dem Teleskoparm hat der Kran eine 110-Kilovolt-Hochspannungsleitung abgerissen. Die Stromtrasse versorgt das angrenzende Gewerbegebiet. Die Leitung lag auf der Oberleitung der Hafenbahn und musste gesichert werden. Durch den Sturz lief etwa 400 Liter Dieselkraftstoff und 800 Liter Hydrauliköl aus, weshalb ein Großaufgebot an Einsatzkräften und der Gefahrgutzug der Technik- und Umweltschutzwache vor Ort benötigt wurde. Der Kranfahrer blieb unverletzt. Warum der Baukran umstürzte, ist bisher noch nicht bekannt.